Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter vor 8. Es gibt ein Drama und zwar in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen in der Höllentalklamm. Ein bei Bergsteigern und Bergwanderern sehr beliebtes schmales Tal hier zu sehen. Es gab nämlich dort heute gewaltige Sturzfluten, weil es kräftige Gewitter mit Starkregen gab. Augenzeugen berichten, dass eine Holzbrücke weggerissen worden sind. Auf der Holzbrücke waren Menschen, über 100 Rettungskräfte sind im Einsatz. Einige Menschen wurden schon gerettet, andere werden noch immer vermisst. Die Regenmengen an Wetterstationen gemessen des heutigen Tages zeigen, Garmisch-Partenkirche hatten 32 Liter pro Quadratmeter. In anderen Orten wie in Kaufbeuren im Allgäu gab es mehr als 55 Liter. Wir haben uns mal die Regenradarsumme angeschaut und ausgewertet. Und zwar direkt aus der Region des Zugspitzmassivs. Und da sehen wir hier, dass es im Wettersteingebirge diese gelbe Farbe gibt. Und gelb sind eben auch mehr als 50 Liter pro Quadratmeter. Und diese Klamm, dieses schmale Tal, das zieht sich vom Zugspitzmassiv Richtung Garmisch-Partenkirchen. Und da gingen jetzt all diese Wassermassen hinunter. Die gute Nachricht, die Hauptregenfälle, die sind abgezogen. Die Radarbilder zeigen es sehr deutlich. Wir sehen hier noch die Gewitter, die es hier am Alpenrand gab. Aber wir sehen eben auch, wie das Ganze sich abschwächt und weiterzieht. Dieses Regenband wird sich jetzt in der Nacht Richtung Süden weiter bewegen und wird dann in der Nacht sich langsam an die Alpen legen. Damit schauen wir uns die Nachtkarte an. Da sehen wir dieses Regenband hier im Süden Deutschlands. Im Norden weiterhin kräftige Schauer, auch mit eingelagerten Gewittern. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte zwischen 7 und 14 Grad. Morgen Vormittag haben wir es vor allem im Süden mit ruhigem Wetter, auch mit längerer Zeit Sonnenschein zu tun. Das Aprilwetter im Norden mit Schauern und Gewittern, es hält an. Am Nachmittag kommen dann noch mehr Wolken und neuer Regen hier im Westen heran. Das ist stark bewölkt. Und regnerisch weiter geht allerdings, ist das eher leichter Regen. Und am späten Nachmittag und zum Abend kann es an der Ostseeküste Sturmböen oder sogar schwere Sturmböen geben. Die Temperaturen meist unter 20 Grad, 17 bis 20, im Breisgau bis 23 Grad. Der Wind weht vor allem im Norden kräftig aus westlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten sind eher bewölkt, vor allem der Mittwoch. Allerdings bleibt es öfter trocken und es fällt nur selten Regen. Die Temperaturen steigen Richtung Donnerstag wieder allmählich auf über 20 Grad an. Wir sehen uns beim nächsten Mal.